Hallo liebe Freunde, könntest du halt füllen? Boah, könntest du halt wieder meine Freunde? Neue Vorwürfe gegen Luke Moritz von Spiegel TV glaube ich, meine Freunde. Oder vom Stern, ich weiß nicht wie meine Freunde. Aber so eine rachsüchtige Ex-Freunde oder so. Neue Vorwürfe gegen Vergewaltigung und so. Verdammt nochmal. Was läuft denn da schief? Ich weiß zwar nicht, ob es stimmt oder ob er das getan hat oder nicht, meine Freunde. Aber irgendwie, man muss doch alles die Beweise bringen. Man kann nicht einfach sagen, er hat es gemacht, meine Freunde. Wie das Nika-Samra-Thema, meine Freunde. Haut die Beweise auf den Tisch. Haut die Beweise auf den Tisch, dass er es gemacht hat. Wenn ihr die Beweise habt, habt ihr sie. Wenn sie nicht, habt ihr sie nicht. Wenn sie einfach irgendeine Frau da um die Ecke da irgendwie macht und irgendwelche Behauptungen macht, ich weiß ja nicht. Ob man diesen Quellen trauen kann, meine Freunde. Man weiß es ja nicht. Heutzutage kann ja jeder, jeder was behaupten. Vor Gericht wird ja bei den Frauen meistens mehr Recht gegeben, meine Freunde. Ist leider so. Wir leben in einer komischen Gesellschaft. Okay, meine Freunde. Es warst wie du von nur einem Boss. Aber bitte nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.